Wehleidig, eine Weihnachtsgeschichte. Geheilt ist es geworden und der Wind pfeift ums Haus. Da kann man oft gar nicht genug aufpassen, da wischt man was. Wie der kleine Michael Bronchitis gehabt hat, ist die Mama ganz schön geredet. Das hat er wollen und das, Fernsehen war nicht recht, eine Geschichte vorlesen war ihm zu bad, schlafen hat er nicht können, Memoriespielen war so gedeppert und das Essen war auch allweil grauslich, ganz wurscht was die Mama hingetragen hat. Ja nutzt eh nix, da muss man reinbeißen als Mama, sind eh arm, wenn sie krank sind. Mein Gott nein, und kurz drauf, wie ihr Dirtl in der Schule beim Kochen mit drei Fingern in das heiße Wasser reingelaunt hat, nein, das war erst der Gaudi. Mama bippt mir die Schoch zu, Mama frisier mich, Mama das tut so weh, kannst mir nicht zum Trost einen Grilldeller mit Bommes machen, Mama kratz mein Bugl, Mama geweide, putz mir's mobelt. Mama das, Mama das. Und wie wenn das nicht genug geredet war, hat der Papa auch noch die Grippe erwischt. Die Schweinegrippe war's, aber der Verlauf war so problemlos, dass ohne weiteres eine Hamstergrippe sein können hätte. Ein krankes Mannsbild ist natürlich manchmal beim kleinsten Leiden schon ein schwerer Pflegefall, und so ist die Mama geschwattelt von der Früh bis auf die Nacht. Und der hat er wollen, Decken aufbeilen, ein griemer Apfel mit Honig, die neue Fischerzeitung, die's noch in der Bezirksstadt gibt, eine Wärmflasche. Die war zuerst zu kalt, dann war's zu warm, und dann hat's so grauslich nach Gummi gestungen. Dort ging dieser auf der Soff wie der sterbende Schwan. Und obwohl er führerfrei war und acht Bratknödel mit Sauergrat verputzt hat, hat er gesagt, wenn das so weitergeht, macht er glatt, dass er bestimmt noch eine drei oder vier Wochen nicht in den Stall gehen kann. Er hat die Mama zehn zusammengebissen und hat nach dem Herrinnen auch noch alle Draustern Rindfächer angefordert. Und sie hat sich selbst damit geträgt, dass er irgendwann ja bestimmt wieder gesund werden wird. Und außerdem müssen Eheleit zusammenholen und füreinander da sein. In guten wie in bösen Tagen. So gehört sie das und so hat sie's damals beim Altar auch versprochen. Freilich hat's damals noch nicht gewusst, wie krankkeitsanfällig ihr Mann ist. Wie alles wieder vorbei war und sich der Papa zusammenkriegt hat zum Stammtisch gehen, hat er seine Frau gefragt. Geh, Schatzi, holst mir du leicht die schwarzen Schuhe mit der silberen Schnallen vom Keller auf. Aha! Sie war so froh über die Aussicht, dass er das erste Mal seit langem wieder abzischt und das Haus verlässt, dass gleich und ohne Murren gerend ist. Und wie es der Teufel haben will, hat er einer Hund, die kleine Diva, ihren Gummikrampus auf der Kellerstimm liegen lassen. Die Mama hat das gewitscherte Tromm einfach übersehen und ist ausgerutscht drauf. Hui! Ist's gegangen und schau, ist mein Hintern voran über jede einzelne Stufen runtergerumpelt bis zum Erepfelkeller. Ist da was passiert? Hat der Papa runtergeschrien und hat sich seinen Trachtenjanker angezogen. Sie ist undkling wie ein Seehund und erst nach ein paar Schnaufer irgendwie über die Stirn wieder aufgeräumt. Alles hat ihr weh getan. Auf der Stirn hat's blüht, das Kreuz hat's gar nicht mehr gespürt und der linke Knechtel ist binnen Minuten zu einem riesigen blauen Pinkel angeschwollen. Mei, bist du geboten, hat der Mann gesagt. Hast gleich du keine Ahnung in den Kopf. Ja, den Grampus, den sehe ich da von aller Weilen da liegen. Sie hat nichts gesagt und hat sich auf die Soff gelegt. Ähm, Mutti, die Schuhe hast du aber nicht mit auf Vergnummern gebeut? Hat er sie gefragt. Kinder sind wie ein Wirwewind bei der Hausti reinkommen. Was ist denn mit der Mama? Haben sie gefragt. Und gibt's euch heute nichts zum Essen? Der Papa ist schon langsam nervös geworden, weil sie überhaupt keinen Rierer getan hat und es war schließlich die längste Zeit für den Stammtisch. Nein, und den wollte er nicht versäumen. Weil er gerade heute war ja zugleich auch die Weihnachtsfeier von den Zimmerquerschützen und da wird ein Schnitzel gezahlt. So mutige Weider, hat er gesagt. Da habe ich gar keine Ruhe nicht, wenn ich zum Wirten gehe und du liegst da so blöd auf der Soff mit den Haxen da in der Höhe. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt steh halt auf. Probier's. Steig ein wenig drauf. Vielleicht geht's ja eh schon wieder. Draußen hat einer geguckt. Und der Bödel war auch schon auf mich her aus der See. Hat er gemeint und ist davon. Unter der Haustier hat er sich noch einmal umgedreht und hat gesagt. Und mein Gott, so arg wird's schon nicht sein. Jetzt reiß dich halt ein wenig zusammen. Und sei nicht überall gleich gar so wehleidig. Und das nächste Mal schaust du zuerst, wo du hinsteigst. Siehst du eh, was rauskommt dabei, wenn du dich übereinander trittst wie ein blindes Händl. Ich muss mich nix als wie ranken um dich. Und kann nicht einmal mit gutem Gewissen zu einer Weihnachtsfeier gehen. Mit fröhlich gewitsche die Raufen sind's. Und dampft der Papa und der Bödel. Die Mama ist in die Küche gekumpelt. Hat sich einen Waschloppen aufs Hirn gelegt. Und hat sich einen dobelten Schnaps eingeschenkt. Und gedacht hat sie sich. Ich mag ihn ja schon, mein Rudi. Freilich mag ihn. Und man muss auch recht friedliche Gedanken haben jetzt im Advent. Friedliche Gedanken. Aber manchmal, ja manchmal. Ich mein, da da dem, ehrlich gesagt, am lieben, da wir. Ich bin ja schon, mein Kind. Ich bin ja schon, ich bin ja schon, ich bin ja schon. Ich bin ja schon, ich bin ja schon. Ich bin ja schon, ich bin ja schon vor. Ich bin ja schon. Aber lifeg Вы ironing, da du schieb im Leben. Das ist eine ganze große Schäden für die Raufen. Insa TV Land und Leute sind unsere Stars Die Adventszeit bietet nochmals die Gelegenheit, Kunst und Antiquitäten bei Köstelried am Rossmarkt günstig einzukaufen. Ob als Geschenk oder persönlicher Freude an der Kunst, ein großes Angebot wartet zum letzten Mal im ehemaligen Riederstammgeschäft am Rossmarkt. Minus 50% Rabatt bei anerkannten Kunstobjekten sind eine besondere Gelegenheit. Jetzt das Beste aus dem bekannt qualitativ hochwertigen Köstelangebot mitnehmen. Musik Eine große Auswahl an Werken von Intwirtlermalern wie Kubin, Dachau, Weidinger, Blank, Gabler, oder Budget erwarten Sie? Dazu Helga Köstel. Wir haben noch eine große Auswahl an Bildern von Intwirtlermalern wie zum Beispiel Wilhelm Dachau. Musik Franz Xaver Weidinger, Alfred Kubin, Alles Wach und Hans Blank zum Beispiel. Und eine große Auswahl an Kleinkunst, bäuerliche Kleinkunst, religiöse Kleinkunst. Musik Wir haben Bauernmöbel in großer Auswahl noch und Biedermeiermöbel, dann ATK-Möbel zum Beispiel auch, eine Sitzgruppe. Kleinkunst, Skulpturen, Skulpturen auch von Schwantaler Arbeiten. Abverkauf bedeutet aber auch besonders günstige Preise. Abverkauf, es ist alles zum halben Preis erhältlich und es sind die Preise wirklich ideal, wenn man kleine Geschenke braucht noch für Weihnachten. Gut Runde Marino über das Angebot. Warum sollen wir jetzt hierher kommen, die letzten Tage, wo es bei Köstl noch super Preise gibt? Wir haben viele Raritäten von Malern, Kleinkunst, Möbeln und Kunstgegenständen, die bestimmt die Freude bereiten. Musik Noch bis 23. Dezember das Angebot des Totalabverkaufs in Ried. Auf über 400 Quadratmetern finden Sie bei Ihrem nächsten Wien-Besuch in der Schönbrunner Straße 271 weiterhin die Qualität mit fachlicher Kunstberatung von Kommerzialrat Professor Peter Köstl und seinem Team. Musik 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 Vielen Dank.